Wir sind auf dem Weg nach Friedenburg. Ich muss mich noch mit Abholen. Lass mich überraschen. Lass mich überraschen. Lass mich überraschen. Lass mich überraschen. Jetzt kommen wir auf die A31. A31. Lass mich überraschen. 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 Nichts. Lass mich überraschen. Lass mich überraschen. Ich film dich mal ein bisschen. Also, für die Runde mal eine kleine Pause machen. Für diejenigen ist ja sehr wichtig, ja die Pause, wie für uns. Ich muss sofort zu trinken. Ja, vielleicht gibt es noch lecker was zu trinken und was zu essen. Wir müssen noch ungefähr 120 km fahren. Auf der Autobahn. Und dann noch ca. 30 km. Da sind wir eben viele durch. Aber hier ist schön zu laufen mit den Hunden, ne? Der Rastplatz, ne? Was? Hier ist schön zu laufen mit den Hunden, mit der Rastplatz hier, ne? Ist das Auto abgeschlossen? Ja, natürlich. Was? Ja. Kommen Sie wieder das Auto weg? Das wäre ja was. Na, guck mal, hier kann man ein bisschen laufen. Haben wir ein bisschen Bewegung, brauchen wir auch. Ja, deswegen mache ich das hier auch. Ich habe ja schon gedacht, weil wir könnten durchfahren, aber die Hunde nicht. Ja. Die Hunde brauchen ein bisschen Auslauf, ne? Können ja nicht ein paar Stunden da im Auto lassen, wenn wir da hochfahren. Ja. Aber dann gehen wir zwar wohin dann mit den Hunden, ne? Ja, wir nehmen uns hier die Zeit. Ich habe auch den Max Bescheid gegeben, dass wir die Mütte hochkommen. Wir müssen da oben eintrudeln müssen, und das dauert auch ein bisschen. Schade, dass man die hier nicht laufen lassen kann. Frei. Ja. Bist du gefährlich hier? Ich muss hier noch einmal von vorne führen. Was? Dich. Was ist da? Sie sind die so schnell? Guck mal, der Speikampf. Bei der Ute, der zählt richtig. Amirat. Stina. 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 jetzt hier ist noch Regenwasser nicht rausringen hier das ist Amira, ein Hund von mir von Petra das ist ein Speiky, das ist ein Hund von Petra, ihre Schwester das ist Finja, Finja, hallo, guck dir gar nicht sie ist ja eine Flocke, ist auch ein Hund von uns, die beiden können uns und den haben wir nur mitgenommen, weil er bei dir arbeiten ist ey, wir sind durch Wasser gelaufen und dann mal ein Auto, ne, ein guter Steck gehabt Amira, Finja, Spiky, hey Kinder sehen, Kinder sehen, ich bin mehr die ruhige komm 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 im Auto, ne im Januar Herr, kannst du ja, hier ist doch hier eins ja die haben ihr ihr Geschäft gemacht die suchen noch aus der sonne und da ja wir gehen jetzt im auto immer ein bisschen wasser hat die macht glaube ich was sie sucht was da kommt jemand auf also auch gut ich will hier dringend sie wieder vor ja was ich und alle drinnen wir haben genug weil wir noch drei liter was dabei ja ich versuche es nicht sind ja auch was zu trinken kommt ja dann bin ich ja so viele lauer sind kommt wir kommen wir kommen noch was trinken kann wir haben genug bei Warte, Amira, du kommst gleich rein. Wann ich mal wieder zu? Jetzt haben wir immer eine Pfütze drin. Ich kann mich hier mal hinstellen. Trink mal was. Ja, trink mal was. Trink mal was. Ich glaube die Leute mit dem Motorrad sind interessanter. Guck mal. Ja. Trinken ist uns wichtig, aber erst mal die Leute angucken. Ja, genial, genial. Die regiert gar nicht auf mich. Weil es interessanter ist. Es ist interessanter, ja. Wasserbar. Wasserbar. Amira. Amira. Guck mal. Amira. Okay. Klinger guckt wieder was anderes. Zu beobachten rund. Das sind auch alle brav. Und unten. Bis zum neigen. Mit dem mal zu Videos. AllesНу das. Diggalex. - Schindlich. - Sollte Das sieht gut aus, ne? Ja. Das sieht gut aus, ne? Ja. Das sieht gut aus, ne? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hat das, ne? Guck mal da auch. Das sieht angeschaut, ein bisschen. Oh. Oh. Wir stehen nicht da hoch. Das ist der Phantomwagen, bisschen. Oh. 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 Nach 500 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Links abbiegen. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. 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 Das ist ein gutes Stück. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. 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 Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite.